Ich trau mich nicht! Ich kann nicht weitergehen! Hilfe! Raidenclaw! Oh! Ich auch! Nein! Was passiert jetzt? Was war's? Wir sind bei der Raidenclaw! Mein Ausblick gerade. Es ist jetzt Samstag und der Tag von Sammy's Party! Jetzt ist es gerade irgendwie schon 8 Uhr morgens und Arno, wir holen jetzt Arno ab vom Flughafen. Ich hab die gerade gemacht. Wir machen uns jetzt auf den Weg ganz flott und dann sind wir ja auch gleich da. Ja, und dann kommen glaube ich noch Mia und später dann noch ich da! Bist du ready, Sammy? Guck mal, hier ist schon ein Sofakur gestaltet. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Schlammblüter, nehmt euch in Acht. Und dann Blut. Von wem ist das Blut? Bestimmt von Emrah, der musste sich opfern. Wir fahren jetzt auf jeden Fall gerade zum Flughafen. Du hast ja schon gesagt, bei dir kann es ja schon abgelöst sein. Das sieht so richtig komisch aus in deiner Dinger. Das sieht so aus, als hätte ich so einen Körper. Diese Kamera macht dann eh immer so voll Feldstein oder was? Wölbig und froschig. Oh, ich bin so müde. Bist du auch müde? Ich hab voll gut geschlafen, 7 Stunden. Hab ich lange nicht mehr gepennt, ohne Spaß. Ich hab gestern nur 3 Stunden gepennt, deiner halb. Ich auch nicht, aber als er weggegangen ging, er hat gedacht, ich bin nur so, Alter, puh, Junge. Anu, willkommen! Wir sind nur noch 17 Kilometer entfernt. Also, geht alles klar. Wenn wir geradeaus weiterfahren, sind wir in Straßburg. Hast du Straßburg geschossen auf die Party? Ja. Schauen wir hin. Dann kommen so deine Gäste und denken, es ist okay. Sammy macht übrigens eine Harry Potter Party. War ich schon erzählt? Harry Potter Birthday Party. Nicht, dass jeder dann denkt, das wäre so ein Motto. Otto. Das ist mein Geburtstag. Nein, nein, nein. Harry Potter Themed Birthday Party. Kann ich es so nennen? Ja, ne? Das war jetzt nicht mein Ernst, gell? Ich kann schon helfen, wie du brauchst. Ich dachte schon so. Also, behe, du nennst meine Geburtstagsfeier Harry Potter Party. Halt deine Kamera fest. Halt deine Kamera fest. Es geht in die Kurve. Ah, nee, es hält. Wow! Nice! Gleitend. Gleidend. Glei-tend. Sorry, ist es tut mir leid, Leute. Erst mal mit der Kamera so, yay, sie ist da! Sie ist so fresh, als weißt du, wie ich gestern aussah, das ist erst, was Sammy zu mir sagt, sie ist so fertig. Hi, schön, dass wir uns mal sehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir echt gleich aussehen. Gar nicht, ne? Keine Verscheinungschef. Ja. We are sisters by heart. Alle sind eine Familie. Wie lange bist du geflogen? Eine Stunde. Ah, okay. Das ist doch voll klar. Ich hab Asiaten geklärt. Nein! Aber ich hab auch... Ich kenn die gar nicht. Was ist los? Was ist das? Die sind hammer lecker. Frühstück. Das ist richtig geil. Reiskuchen. Ja, genau. Ich gegessen den Wassermelonen. Was? Hammer lecker. Mit dieser Bohnenpaste drinnen. Wieso? Ich treffe Arno heute übrigens zum ersten Mal. Ich hab dich nie auf der Fashion mitgetroffen. Ich hab das Gefühl, ich hab sie schon mal getroffen. Ja. Ich auch. Ich hab echt jeden Tag, seit Topmodels, Nachrichten auf Instagram bekommen. Du siehst aus wie Arno. Ja. Oder Arno sieht aus wie du. Die Teile schmecken echt lecker. Danke. Ist das immer das chemische Model-Vorgesteck? Ja. Alter, die Asiaten sind mit den Kindern da. Ich bin gestorben. Oh. So süß. So süß. Ich hab das Gefühl, dass ich privat einfach die Fotos zeig. Was ist das? Ich liebe Asiaten und Babys. Nennt ihr so. Ich glaub, sie darf das ja sagen. Ja, ich auch. Ja, schon. Ich auch. Ich hab mir gedacht, die sehen aus wie ich. Die sehen alle aus wie ich einfach. Oh, das ist gut. Ja, das ist richtig. Aber da gibt es so geiles Sushi da. Ja. In Kanada hab ich auch mit das beste Sushi gegessen. Und da ist Sashimi da. Mhm. Oh, gut. Das ist auf meiner Zunge da. Vancouver. Hä, wann warst denn du da? Äh, ne Winterferien letztes Jahr. Ah. Einfach gut. Ich war auch letztes Jahr da. Hast du gerade irgendwie gedacht? Nein. Oh, fuck. Hey, ich schwör, dieser Flughafen sieht so weird aus. Vor allem hier gibt's direkt ein Casino. Vor allem so richtig awkward wie, guck mal. Was macht der? Er geht jetzt Golf? Was spielen? Also, ich nehm die gerne in meine Hände. Ich hätt da gerne noch ein paar. Auch voll interessant, ey. Asiaten mögen ja generell so voll die... Oh, ja. Oder kennst du so dieses Jelly-Zeug? Oh, nee, das ist egal. Oh, hier ist ja ein Maschinengeschmäcker in Melonen. Ich liebe Melonen. Ey, das ist ekelhaft. Mit diesen Stückchen drin, ey. Wah, noch schneller. Ich liebe die, die sind immer geil. Wink. Wuhu. Wuh, wuhu-uhu. Ja, wady Marvel-Zeug? Ich kann nicht verstehen, was wir reden. Ja? Ich kann nicht verstehen. Ja, was sagt die denn? Ich hab das Lied voll gefeiert und dann sag ich so, wenn sie work, work, work singt, hat sie es anliegt. Qua, qua, qua. Mein Vater hatte es die ganze Zeit gesungen. Qua, 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 qua. So, ich chill hier grad noch. Mit Anu. Es hat's grad geklingelt. Und die Mia ist da. Ich weiß nicht, die hab ich euch ja schon mal in einem Vlog gezeigt. Das ist Gertja bei... Wie siehst du denn aus? Das ist erschrecklich. Hallo. Hallo, wie geht's? Oh mein Gott. Ich hab dir gar nicht... Ich so, wer ist das denn? Den kenn ich ja gar nicht. Mit deiner Mütze. Warst du schon mal hier? Okay, dann geb ich dir eine Wohnungstour. Ich hab Snapchat und Skype schon durch die Wohnung gelaufen. Ja, okay. Ich hab eben so lange auf das Essen warten müssen, dass wir schon angefangen haben, uns Mukbang-Videos anzufangen. Ja. Könnt ihr diese Mukbang-Videos? Das war sehr schrecklich. Ach, ich hab's denen gestern auch gezeigt. So richtig so Videos, wo Leute einfach essen. Und wir die ganze Zeit nur so, ach, wir haben auch so Hunger. Was sind das meistens für Leute? Asiaten. Ja, das sind echt Asiaten. Ich hab ne bessere Idee. Wusk! Wusk! Next door is my gun! Wie, du bist schon hier? Ich bin jetzt alle im Raining-Core. Hallo, wie bist du? Soll ich was? Hey, Dave! Na? Ja, also ich geb dir mal ne Tour. Da seid ihr ja! Ich hab euch gesucht. Ich hab euch die ganze Zeit überall gesucht. Und dann mach ich einen Snap und sagst, ja Leute, schreibt mir mal bei Twitter, wo ich meine Vlogging-Cam suchen soll. Und dann mach ich das. Und dann nehm ich euch live auf Snapchat mit. Und dann greif ich hier so hin und dann hab ich plötzlich meine Vlogging-Cam in der Hand. Krasse Story! Ahhhh! Don't move for the Story! So, was ist mittlerweile passiert? Wir haben eigentlich erst nur gechillt und uns dann fertig gemacht. Dankeschön für die Slamper. Muss man eigentlich nicht umgeben haben. Du bist auch so. Oh, ich finde das ist die Scheiße. Wir müssen lauter sein! In der Camp ist das echt schwer nicht die Umgebung zu treffen. Ja, das ist echt so. Du musst so filmen. Man kann sicher sein, dass nix drauf ist. Phil, wer bist du denn heute? Ich bin... Ne, schreibt's in die Kommentare. Ratet und schreibt's in die Kommentare. Das ist, glaube ich, nicht schwer. Ich bin der einfachste Charakter. Ja, das ist echt auch so. Du hast ja echt geschert. Lass dir die Farben aufs Auge. Ist das auch so innerlich ne Hexe? Ich hab's noch bald! Ohhhh! So bald, jetzt hätte ich mich weg. Guck mal, Steffi ist auch da. Hi! Und was habt ihr gekauft? Eis und Tequila. Was? 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 Was ist das? Was ist Tequila? Kann man das essen? Ich hab davon schon mal gehört. Zu spät. Nein! Sammy, du willst eh nur gewinnen. Ich finde... Ich dachte erst, im Raum wäre Tobi. Ich hab... Ich hab... Wow! Wir machen einfach mal... Ich brauch das für meinen Vlog. Was? Wir sahen, das wäre nicht so gut. Hey, warum machst du das so? Weil ich nicht rausfilmen möchte. Wieso machst du das so auf dem Boden, wenn ich diese Einschallung vorgegeben? Aber Shantys Dinger ist nicht so gut. Ach so. Oh Mann! Deins ist leider nicht so cool wie meins. Aber... Geil, wir sehen aus wie Zauber-Schüler. Hey, wieso macht niemand Musik? Spotify-Queen? Schließ mal an. Das ist Spotify-Queen. Warte, was sollst du meine Wort? Ich bin Ehren. Guck mal, die schweben, Leute. Ich dachte, es soll die ganzen Terry Potter laufen. Wie ist das möglich? Was? Schreibt es in die Quote. Emma sich küsst Harry. Das habe ich ja schon gemacht. Ich bin Harry. Ach so. Du bist Harry. Das kann ich aus. Ja, deswegen. Oh. Wir müssen uns schon wieder küssen heute. Aber ich finde, du siehst gar nicht aus wie Harry. Warte ab. Man küsst sich doch auch, wenn man zusammen ist, oder? Hm? Wenn man zusammen ist, küsst man sich doch auch, oder? Na ja, stimmt. Sam und ich sind ja zusammen. Ja. Habe ich ja vergessen. Malfoy und Cho-Chan. Wir bestellen uns dann jeweils alle irgendwie was. Oder wir essen nur Süßes. Mal gucken, wer immer. Ja, wie will. Boah, Samy. Boah, Alter. Sorry, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist so geil. Die Musik, Alter. Guck mal, wie neblich das hier ist. Man sieht einfach nichts mehr. Ich kann am Ende bleiben. Boah, war schlecht, Alter. Aber mein Fan ist normal. Boah, das sieht Hammer aus. Guck mal, Samy, Samy. Oh mein Gott. Samy, komm mal. Ich habe echt ein Thumbnail. Mit dem Nebel so. Halt's auch mit drauf. Danke. Oh, boah. Das ist egal. Guck mal, wenn man hier auf der einen Seite steht, dann ist man anonym. Das sieht so aus. Boah, ist echt nicht so. Komm, wenn ich hier stehe, mich sieht keiner mehr. Mich sieht einfach keiner mehr. Ich kann einfach anonym bleiben. Ich kann machen, was ich will. Das ist so geil. Durch den Nebel hindurch. Das ist so geil. Boah, das wird so gut. Hammer. Schaut mal die Torten, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hammer. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Und dann hat er hier noch so, hat er hier noch so diese Frösche, Schokofrosche. Dann hier noch so Cupcakes mit dem Hut drauf. Dann hier noch der Pokal. Kiew, jetzt geht ich jetzt mal so durch die Dings. Leute, man sieht einfach nichts mehr. Seht ihr das? Dass man nichts sieht? Wo ist das? Nein! Warte, ich bin will von dem Dings. Richtig so, wo geht man als nächstes lang? Ja. Ja. Ah, ich habe Angst! Hilfe! Hier bin ich. Ich traue mich nicht. Ich kann nicht weitergehen. Hilfe! Ich habe dich. Hast du auch so einen Zauberschlag? Nein! Hier ist er wieder. Ich habe den Gatti gefiltert. Wow! Oh mein Gott! Man sieht nichts. Das ist eigentlich ganz gut. So da muss ich Schottis Gesicht nicht die ganze Zeit. Ich bin Bella Tree. Das ist gar nicht was sie, wie sie redet. Sie hat so eine... Und ähm... Hä? Habe ich euch eigentlich schon die Spinnenweben gezeigt? Ich zeig euch jetzt mal die Spinnenweben. Ich zeig euch jetzt mal die Spinnenweben an. Ich zeig euch jetzt mal die Spinnenweben an. Wow, das sieht echt krass aus. Wie schau ich jetzt mal aus. Ich bin jetzt ein Ratespiel. Wer sind die Personen, die ihr hier seht? Einmal die da. Einmal die da. Nur die zwei. Schreibst du in die Kommentare. Ihr macht da noch mehr rein? Ich kann nicht mehr atmen, Leute. Nein! Du weißt, Nebel hilft einfach nicht. Boah, ich stehe gar nicht. Es ist alles Nebel. Ich kann nicht mehr atmen. Ich krieg gerade richtig Luft. Oh mein Gott, hier ist ja auch alles voll. Wieso ist das abgeschlossen? Die Tür nicht auf. Lass nicht auf. Ja, lass mal rum. Du weißt, dass der Nebel wieder draußen ist. Weniger. Na ja. Oh, doch nicht. Hauptsache einfach alles ist falsch. Ich hab das auch wieder so gut gehalten. Oh nein. Oh nein. Man findet hier einfach keinen Ort mehr, der keinen Nebel-Dings hat. Hier ist übrigens Gleis 9,75. Oh süß. Süß. Hatschekabai. Ich hab das Pasta vergessen. Scheiße. Peter. Waiting for a Peter-like. Ja. Like what? Like this. Halleluja. Halleluja. Wow. So ein dickes Paket. Oh, geil. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Danke schön. Oh mein Gott. Wir haben eine Party und bestellen eine Partypizza. Oh mein Gott. O-M-G. Unbelievable. Ich seh geil aus. Oh, that wording though. Was ist das? Wir müssen alle auf die Kautsch. Scheiße, Fleisch. Imra, du hast mir gar nichts zu sagen. Die geht jetzt auf die Kautsch. Tchuuu. Ah, iiii. Hast du's auch gerade abbekommen? Meine Auge. Meine Pizza. Wir werden jetzt in unsere Häuser eingeteilt. Mit dem sprechenden Hut? Imra ist die schönste Ballerina, die ich je gesehen habe. Oh Gott, das ist so aufregend, aber es gibt ja nur 3. Das sind auch noch. Welchen nehme ich? Nein, nein, nein. Das ist die Opfer. Super Arsche! Alles das Gleiche! Das ist mein Hut. Du beißt mir doch rein. Ah, ich habe meine Farbe! Dürfen wir? Ich habe meine Farbe. Was ist denn was? Du musst gleich sein. 1, 2, 3, Toll! Rot! Grün! Ich sehe es nicht! Ich bin ein Ravenclaw, Alter! Ich bin ein Ravenclaw, Alter! Ich bin blau. Ravenclaw! 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 Ich auch! Was passiert jetzt? Wir sind bei der Ravenclaw! Ja, wann bin ich nicht alleine? Wow! Dokumentiert von allen Seiten! Das sieht so gut aus! Wow! Kupfer! Schickes Kupfer! Wie lange dauert das? Gönn dir! Ja! Ja! Lecker! Lecker? Das war's! Das war's!